Und dann hier sind wir jetzt endlich an den Würfelhäusern hier. Sollen wir mal kurz in den Innenhof gehen? Ich glaube, das ist der Architekt oder die Architekten dieser Häuser. Jetzt schaut euch das mal an. Habt ihr das ja schon mal gesehen? Tja, die Holländer. Da stehen die auch so... Guck mal, wer ist das? Alfons Thaler, das ist bestimmt von dem Theater-Dings hier, Haus. Spale House. Ist das auch der Kompromiss? Da ist das Spale House, meine Damen und Herren. Häusern. Der unter der alten... Nein, es ist keine Eiche. Und ehrlich gesagt, ich hab sowas noch nie gesehen. Oder? Okay, ich glaube, das reicht auch.